So, dann folgen jetzt ein paar Videos zum Stand der Dinge bei unserem Temperatursensor. Seht's mir nach, dass die jetzt nicht sonderlich durchgestylt sind. Ich mach das ein bisschen auf die Schnelle. Ich denke, der Stand, den wir jetzt alle haben, ist, dass wir ein Blockschaltbild haben. Das müsstet ihr mit Herflecken erstellt haben. Und zwar besteht das im Wesentlichen erstmal aus der Temperatur als Eingangsgröße, dann dem Sensor, das ist unser NTC. Der Sensor wird verbaut in eine Sensorschaltung, das ist bei uns die Brückenschaltung. Das Ganze geht auf den Verstärker und nach dem Verstärker wird das verstärkte Signal auf eine Anzeige geführt. Und die Anzeige macht dadurch quasi Licht, sodass wir als gut gelaunte Menschen sehen können, was für eine Temperatur wir haben. So weit, so gut. Das zum Thema Blockschaltbild. Jetzt habe ich hier nochmal kurz zusammengefasst, was unsere jeweiligen Bauteile da so tun. Nämlich der Sensor ändert seinen Widerstand mit der Temperatur, ist glaube ich klar. Und wir kriegen von dem jetzt die Sensorgröße Widerstandswert. Das heißt, das ist eigentlich die physikalische Größe, mit der wir jetzt umgehen müssen. Widerstandswert können wir aber schlecht direkt erfassen. Also müssen wir den in eine Schaltung bauen und aus der Widerstandsänderung eine Spannungsänderung machen. Das machen wir mit dem Spannungsteiler, beziehungsweise dann der Brückenschaltung. Was möchten wir haben? Wir möchten ein möglichst empfindliches Sensorsignal haben. Das heißt, einen möglichst großen Spannungshub. Und falls man sich nochmal an unser kleines Beispiel mit dem Excel-Sheet erinnert, wo wir verschiedene Vorwiderstände getestet haben, Da haben wir festgestellt, beziehungsweise habe ich das mehr oder weniger vorgegeben, dass es diesen optimalen Vorwiderstand gibt, mit dem ich höchstmögliche Empfindlichkeit erzeuge. Den konnte man berechnen. Dazu nochmal auf das entsprechende Aufgabenblatt gucken, beziehungsweise in das Excel-Sheet rein. Das war die Sache mit Wurzel aus zwei Widerstandswerten. Guckt es nach. Ich führe es hier jetzt nicht nochmal auf. So, jetzt haben wir das gebaut, haben unsere Brückenschaltung so eingestellt, dass wir die auf einen Verstärker schicken können. Und dieser Verstärker soll jetzt eben unser Sensorsignal so aufbereiten, dass unser Aussteuerbereich perfekt abgedeckt wird. Das heißt, wir haben vielleicht ungefähr so 0 bis 9 Volt. Zumindest sind das unsere Betriebsspannungen. Und der Verstärker soll so designt werden, dass aus dem Sensorsignal ein Signal macht, was in unserem Temperaturbereich zwischen 0 und 9 Volt liegt. Denn mit diesem Signal wollen wir dann letztendlich hier auf die Anzeige. Und für die Anzeige müssen wir jetzt eben Schwellen definieren, ab denen irgendwelche LEDs angehen sollen. Und gerade das wird umso einfacher, je größer der Spannungsbereich ist, den wir zur Verfügung haben. Angenommen, wir hätten jetzt nur einen ganz, ganz schmalen Spannungsbereich und müssten jetzt binnen von einem Volt irgendwie vier LEDs schalten. Das würde schwierig designbar sein. Entsprechend wollen wir hier eben diesen möglichst großen Spannungsbereich. Ja, und wenn man sich das jetzt alles mal so durchdenkt und dann alles mal hinmalt, stellt man fest, dass die fertige Schaltung hinterher ungefähr so aussieht. Die ist gar nicht so klein. Da haben wir hier den Sensor, haben hier die Brückenschaltung, kriegen ein Brückenspannungssensorsignal und das müssen wir verstärken. Und da wir hier eine Differenzspannung in der Brücke haben, brauchen wir einen Differenzverstärker, der uns das hoch verstärkt. Und aus diesem Differenzverstärker raus geht es an vier Komparatoren. Diese vier Komparatoren sind dafür da, die LEDs einzuschalten. Die Schwellen der Komparatoren kann man hier über so einen Fünffach-Spannungsteiler festlegen, den wir dann auch noch designen müssen. Und ja, wenn wir das alles richtig gemacht haben, gehen die LEDs zu den richtigen Zeitpunkten an. Kommen wir zur Übersicht. Was haben wir, was brauchen wir? Wenn wir mal vorne beim Sensor anfangen, dann kriegen wir vom Sensor Parameter gegeben, nämlich das RTN, das war der Widerstandswert bei Normtemperatur. Das TN, das war die Normtemperatur selbst, alles angegeben in Kelvin übrigens. Und das B, das war dieser NTC-Parameter, der die Kennlinie beschreibt, auch angegeben in Kelvin. Und wir müssen daraus ausrechnen, wie sich wohl der Widerstandswert über die Temperatur ändert. Denn das wird hinterher die Größe sein, die die Sensorschaltung beeinflusst. Angenommen, wir haben das jetzt gemacht. Das haben wir auch schon gemacht tatsächlich. Dementsprechend muss ich es auch nicht nochmal wiederholen. Dann können wir damit jetzt die Brückenschaltung aufbauen. Bei der Brückenschaltung kriegen wir gegeben, wie groß die Betriebsspannung ist. Das sind unsere 9 Volt oben, 0 Volt unten. Und wir wissen, wie sich der Widerstandswert über die Temperatur ändert, haben wir ja vorher ausgerechnet. Und was wir hier jetzt machen müssen, ist, wir müssen den optimalen Vorwiderstand finden, für den wir ja eine Formel hatten. Und müssen ferner die beiden Brückenschaltungswiderstände berechnen. Das heißt, wir müssen in der Brückenschaltung, NTC haben wir, den RV berechnen, den optimalen, siehe entsprechende Formel. Und diese beiden hier so einstellen, dass, ja, das Ziel hatten wir auch definiert in Aufgabe, ich glaube 5 war das. Die Sache mit dem Offset jedenfalls. Findet ihr in den Aufgabenblättern von mir und Haberer. Ja, wenn wir das jetzt so gedesignt haben, dann haben wir jetzt hier die Brückenspannung als Sensorsignal. So, weiter im Text. Wenn wir jetzt also uns dem Verstärker zuwenden, dem Differenzverstärker, dann haben wir ja beim Differenzverstärker jetzt gegeben, die Brückenspannung über Temperatur, weil die haben wir jetzt ausgerechnet oder können sie ausrechnen. Was wir auch gegeben haben, ist unser Operationsverstärker-Modell. Das Ding heißt, ich schreibe es mal hier hin, LM741. Den findet ihr sowohl in Multisim in der Bibliothek als auch als Datenblatt im Google Drive. Und wir wissen immer noch, mit welchen Betriebsspannungen der arbeitet. Und Achtung, die Betriebsspannungen sind bei diesem Gerät nicht die Aussteuergrenzen. Das seht ihr, wenn ihr mal simuliert, bis zu welcher Spannung der LM741 darstellen kann. Also, wir betreiben den zwar mit 9 Volt, aber wir stellen fest, dass der nicht 9 Volt am Ausgang erzeugen kann, sondern weniger. Genauso haben wir den ja unten auf Masse gelegt. Also, negative Betriebsspannungen sind 0 Volt. Wir stellen auch fest, dass der 0 Volt am Ausgang nicht darstellen kann. Wenn euch das nicht klar ist, was hier passiert, dann ist das Erste, was ihr jetzt tun solltet, Multisim anwerfen. Also, entweder Multisim anwerfen, das Ding reinschmeißen und sich angucken, was ist die minimale Betriebsspannung, die er überhaupt liefern kann. Und was ist die maximale, Entschuldigung, nicht Betriebsspannung, sondern Ausgangsspannung. Und was ist die maximale Ausgangsspannung? Da stellt er fest, es ist nicht 0 und 9, sondern irgendwie so ein bisschen enger, der Bereich. Alternativ könnt ihr das einfach mal im Labor messen. Da fragt ihr mal Frau Droste, ob ihr so ein OP haben könnt und dann baut ihr den einfach mal auf und dann haltet ihr mal einen Multimeter dran und dann guckt ihr mal, was passiert. Gut, wenn man diese Infos hat, muss man jetzt natürlich wissen, wie designe ich meinen Differenzverstärker. Und um den Differenzverstärker zu designen, brauche ich im Wesentlichen vier Widerstände. Das sind die vier, der da, der da, der da und der da. Mehr muss ich eigentlich nicht wissen. Es gibt dafür eine fertige Formel, nämlich wie ich den Verstärkungsfaktor festlege. Die kann man nutzen. Und darf jetzt eine Sache nicht vergessen, nämlich, wenn man den jetzt an die Brückenschaltung anschließt, dann fließt hier Strom ab. Das müsstet ihr bei Herrn Flecken besprochen haben. Das heißt, durch Anschluss dieses Differenzverstärkers an die Brückenschaltung verändere ich die Spannungsteiler. Wenn man sich mal diesen Bereich hier anguckt, dann, sagen wir mal diesen linken Zweig hier, dann fließt hier ein Strom in diese Richtung, fließt über den Widerstand und fließt über den Widerstand nach Masse. Hier ist Masse und da ist Masse. Was man hier eigentlich baut, ist so eine Art belasteten Spannungsteiler. Und der verändert meine Brückenschaltung. Das muss man dringend beim Design berücksichtigen. Wie man das genau macht, können wir nochmal im Detail darüber sprechen. Aber ganz pragmatisch muss man Folgendes tun. Man muss dafür sorgen, dass diese Widerstände hier, R1 und R2, einfach merklich größer sind als diese Widerstände hier. Dann würde das heißen, hier kleine Widerstände belaste ich mit einem sehr hohen Widerstand. Das heißt, der Strom, der hier abfließt, ist sehr klein im Vergleich zu dem Strom, der hier runterfließt. Und damit ist die Belastung nicht so groß und die Veränderung auch nicht so groß. Also kurzum, guckt, dass ihr diese Widerstände einigermaßen groß macht. Detailliertere Betrachtungen gebe ich euch noch. Gut, jetzt haben wir die designt. Also wir wissen, wie wir idealerweise den Verstärkungsfaktor bestimmen. Auch das findet ihr auf den Arbeitsblättern von Haberer und mir. Damit könnt ihr die Widerstandswerte berechnen. Die, wie gesagt, macht ihr relativ groß. Achtung, nicht in den Megaohm-Bereich gehen. Das wird ein bisschen kritisch. Also solange ihr unter 200 Kiloohm, sage ich mal, bleibt mit den Werten, ist alles gut. Darüber solltet ihr nicht gehen. So, und dann habt ihr den jetzt fertig. Und wisst jetzt auch, was die Ausgangsspannung über Temperatur tut. Auch das könnt ihr euch noch wunderbar in Calc bzw. Excel formelnah und theorienah angucken. Jetzt kommt der letzte Teil, nämlich die LED-Kette zu designen. Was habt ihr hier gegeben? Ihr kriegt das Operationsverstärkermodell. Der heißt LM324. Das ist ein vierfacher Operationsverstärker in einem Gehäuse. Ist von Parametern her leicht anders als der 741er. Kann nämlich ein bisschen mehr Strom liefern, weil der muss ja wirklich die LEDs antreiben. Und das kostet ein bisschen Strom. Von dem kennt ihr auch die Betriebsspannung. Die Aussteuergrenzen kennt ihr auch nicht. Das könnt ihr ebenso wie bei dem 741er mal simulieren. Ist aber tatsächlich an der Stelle gar nicht so wichtig. Das macht nur die LEDs im Endeffekt etwas heller und etwas dunkler. Und ihr kennt die Ausgangsspannung über Temperatur, weil ihr habt ja jetzt hinten am Verstärkerbereich ja ausgerechnet. Also das heißt, das ist euch auch bekannt. So, was müsst ihr jetzt machen? Ihr müsst dafür sorgen, dass wenn euch das hier bekannt ist, wie die Ausgangsspannung über Temperatur aussieht, ihr die Schaltschwellen der Komparatoren richtig einschaltet. Das ist das eine. Das andere ist die Vorwiderstände der LEDs berechnen. Das sind zwei völlig unabhängige Bereiche. Die haben nichts miteinander zu tun. Aber es muss gemacht werden. Entscheidend oder schwierig an dieser Stelle ist eher das hier. Denn, ich gehe nochmal oben in das Schaltbild rein. Es ist ein bisschen tricky, diesen Spannungsteiler zu designen. Deswegen mache ich dazu auch gleich nochmal ein separates Video, um das vielleicht ein bisschen verständlicher zu machen. Was ist hier das Problem? Das Problem ist, wenn man nicht für jeden invertierenden Eingang einen separaten Spannungsteiler aus zwei Widerständen benutzt, dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig, hier diese Widerstände einzustellen. Denn, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt die untere Schwelle eingestellt und die würde jetzt passen. Und jetzt stellen wir fest, die hier sitzen ein bisschen zu tief. Dann würde man jetzt intuitiv sowas machen wie diesen Widerstand was größer. Das Problem ist, dann verändert sich auch die untere Schwelle. Das heißt, ich kann diese Widerstände hier nicht unabhängig voneinander mal eben so einstellen, um die Schwellen zu erzeugen. Das heißt, das sind so Wechselwirkungen. Das kann man relativ simpel retten, wenn einen nur jemand auf die Idee bringt. Wie gesagt, siehe separates Video zum Einstellen der Widerstände. Wenn ihr das durch habt, müsste das eigentlich auch klar sein, wie das funktioniert. Ja, und dann haben wir jetzt hier unsere Schwellen festgelegt. Und wenn wir mit dieser Spannung hier drüber liegen, über den Schwellen, schalten halt die Komparatoren ein. Die Vorwiderstände, dafür gibt es auch eine relativ einfache Formel. Die müsste euch allerdings auch der Flecken genannt haben. Das ist, was heißt Formel, da muss man einfach mit gesundem Menschenverstand nachdenken. Wir haben laut Datenblatt die Flussspannungen der LEDs gegeben. Wir wissen also, wenn die leuchten, was da ungefähr für eine Spannung dran anliegt. Das sind immer so 2,x Volt. Und wir wissen, wie viel Strom fließen soll, so ungefähr 20 mA. Und wenn hier 2, irgendwas Volt liegen sollen und 20 mA durchfließen, können wir daraus halt die V-Widerstände ausrechnen. Das ist relativ unkritisch. Ja, soviel erstmal zu der gesamten Übersicht über die Kiste. Also wichtig ist wirklich, das systematisch von vorne nach hinten durchzurechnen. Und ich würde halt nochmal stärkstens empfehlen, das tatsächlich in Excel oder Kalk weitestgehend zu machen. Mit der einfachen Begründung, dass das Ganze sehr formelnah ist. Und da sieht man noch sehr schnell, wo man eingreifen kann. Das Problem bei Multisim ist, wenn ihr die Schaltung jetzt aufbaut und klickt euch da irgendwelche Werte zusammen, einen Rückschluss zu ziehen von dem, was ihr seht. Also ihr stellt fest, das Ergebnis ist nicht so, wie wir es haben wollen. Und jetzt den Rückschluss zu ziehen, was muss ich denn jetzt irgendwo einstellen, ist wirklich schwierig. Wenn ihr hingegen die ganzen Formeln programmiert habt und auch wisst, wie die Werte alle zustande gekommen sind dadurch, dann ist es viel, viel einfacher zu sagen, ja, okay, das und das gefällt mir jetzt aber nicht, also muss ich an der und der Formel noch was ändern, beziehungsweise muss an dem und dem Wert noch was ändern. Also meine starke Empfehlung ist, simuliert diese gesamte Schaltung. Man kann vielleicht darüber diskutieren, ob wir die LEDs hier hinten noch mitnehmen. Würde ich vielleicht nicht unbedingt machen. Kann ich aber auch nochmal in einem separaten Video zeigen, wie das geht. Aber zumindest bis zu diesem Spannungsteiler hier oder dieser Ausgangsspannung, könnt ihr das alles komplett in Kalk simulieren. Und das würde ich auch stärkstens empfehlen. Einen großen Teil haben ja Frau Haberer und ich schon auch geliefert. Das Ganze können wir jetzt noch ein bisschen weiter treiben. Und dann haben wir auch für Dokumentationszwecke eigentlich eine schöne Tabelle, die ihr hinterher in euer Doku-Dokument reinschmeißen könnt. Ich gehe jetzt nochmal in einem kurzer Fahren in einzelnen Videos die Teilschaltungen durch, verrate da aber auch nicht alles und nicht zu viel, sodass euch das vielleicht nochmal als Unterstützung dient. Ich hoffe, das bringt was und ihr kommt dann klar.